Oh, hi. Hi, my lovely. Ey, pündlich auf die Minute. Ich fass es nicht. So schön, dass du da bist. So schön, dich wiederzusehen. Ich sehe crazy aus, oder? Wie gefällt dir das? Dieser Gesichtsschmuck, oder wie nennt sich das nochmal? Gesichtssticker habe ich nämlich von der lieben Nicole an mein Postfach zugeschickt bekommen. Und ich liebe das ja, wenn ich was von euch zugeschickt bekomme, was ich auch direkt in meinen Videos benutzen kann. Und ich habe auch, wie ich das drauf gemacht habe und ausgepackt habe, habe ich auch jetzt aktuell in meiner Instagram-Story. Ich glaube sogar auch in meiner YouTube-Story und auf TikTok. Also ja, falls du es schon gesehen hast, da wusstest du ja schon, wie ich jetzt aussehen werde. Tada, das ist das Ergebnis. Ich finde, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch ganz cool. Ich trage eh mega gerne diese kleinen Gesichtssticker, also diese kleinen Perlen unter den Augen. Und jetzt habe ich gleich drei. Voll cool. Ich bin super. Ja, und was kann ich für dich tun, mein Lovely? Warum bist du da? Party? Oh, ja. Echt? Geburtstagsfeuer. Ah, okay. Ja, okay. Und da brauchst du ein cooles Make-up. Ja? Perfekt. Also ganz viel Glitzer, Glitzer und Glamour. Ja, mega cool. Freue ich mich total drauf, wenn ich dich jetzt fertig machen kann. Dann lass mal sehen. Ich schaue mir erstmal kurz dein Gesicht an. Du siehst so, 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 so schön aus. Wow. Echt toll. Habe ich schon richtig Lust drauf, dich fertig zu machen. Ähm. Erstmal ein bisschen Creme und natürlich auch Lippenpflege. Ja. Ananas. 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 Bananas. So. So. Bananas. ... T---- Oabord. Daно. Rock. Be. Det robi. Ui. Noin. Langa lauter. Die. Ich помню. T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T. Die. Perfekt, der Rest in meinen Händen, in meinen forever trockenen Händen. So, dann würde ich sagen, ein bisschen hier und da, punktuell ein bisschen Make-up. Ich hoffe, du hast auch passend zu deinem Glitzer-Make-up auch Glitzer-Glitzer-Nagelfolieren oder Nagellack drauf. Punkt. So, jetzt geht's. Wut-decker, 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 w Dann verstreiche ich das jetzt mal. Du wirst gleich richtig cool für das Party, also du wirst gleich einen richtig coolen Partylook haben. What's up? What's up? Okay. Dann. Smoky Rose. Smoky Rose. Lichter. Dann. 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 Farben. So. Welche Farbe davon hättest du gerne? Okay. Sehr gute Entscheidung. Okay. So. Vielleicht noch ein bisschen hier unter den Augen. Okay. Ja, das sieht gut aus. Dann sehen wir auch noch ein bisschen was. Alles. Und dann ein bisschen. Perfekt. So. Bevor ich dann Rouge drauf mache. Kommt ein bisschen. Glitzer und Glamour. Glitter, Glitter. Welche Farbe hättest du denn gerne? Welche Farbe möchtest du? Sehr gute Entscheide. Hier. Und hier auch noch. Hier. Hier. Glitzer, glitzer. Glitzer, glitzer. Perfekt. So, und jetzt Einmal brauchen wir eine Wimpernzange für deine Wimpern. Ich schau gerade mal, da würde ich deine Wimpern durchstecken. Einmal so runterdrücken und dann hättest du Schwung in deinen Wimpern. Aber lass mal sehen, nee, brauchen wir gar nicht. Deine Wimpern sind perfekt. Dann kann ich ja direkt Mascara drauf machen. So, und nach unten schauen. Ja, perfekt. So, ein bisschen Rouge und dann noch Lippenstift oder Lipgloss. Das darfst du entscheiden. Also, für Rouge benutze ich jetzt mal dieses schöne Rot. Das ist Cromberry-Rot. Für deine Wangen. So, noch ein bisschen bestreichen. Fast fertig. Dein Party-Look. So, zur Auswahl hätten wir diesen Lippenstift hier. Das ist so dunkel-Lila. Dann hätten wir Noch einen sehr dunkel-Roten. Oder ein Lipgloss in so einem richtigen Knallrot. So, hast du eine Präferenz-Lipgloss? Finde ich richtig gut. Den habe ich auch gerade drauf. Ja, finde ich mega cool, die Farbe. Was ist denn das für eine Farbe? True Beach. True Beach. True Beach. True Beach. True Beach. True Beach. Wow, so knallig. True Beach. 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 Bisschen drauf. Ich hoffe, ich habe meine Lippen getroffen. Ja. Sehr gut. Und jetzt... So, my lovely. Jetzt bist du fast fertig für den Partylook. Also mit dem Partylook für die Party fertig. Jetzt fehlt tatsächlich nur noch eine Kleinigkeit. Ich meine, fertige Schmink bist du. Du hast auch schon richtig coolen... Eine richtig coole Frisur. Also dein Haarstyle ist auch perfekt. Du hast auch schon die richtige Klamotte an. Und jetzt der grün, der Abschluss. Abschluss, besser gesagt, der goldene Abschluss. Wird dieser sein. Golden Dust Highlighter. Ich mache das einmal so komplett. Und vielleicht sogar hier noch ein bisschen aufs Dekolleté und am Hals. Dann glitzerst du schön. Du kleine, süße Glitzerkugel. Ich bin ganz froh, dass das so gut hält hier. Hätte ich nicht gedacht. Sehr gut. Ich bin ganz froh, dass das so gut hält. Diesmal sage ich euch nicht, wie das aussieht, wenn das da rauskommt. Wer erinnert sich, was ich beim letzten Mal gesagt habe, wie das aussieht? Und hier unten noch... Überall ein bisschen Golden Dust. Ja. Perfekt. Perfekt. Und dann auch nochmal schön. Das Ganze wird auch noch mal verblendet. So. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Siehst wunderschön aus. Perfekt. Für die Party, für den Geburtstag. Frühstück. Huck. Ja. Ich würde sagen, perfekt. Ready to go. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Pass gut auf dich auf. Hab einen wundervollen Abend. Und dann eine gute Nacht. Sweet dreams. Love you. Hab dich ganz doll lieb. Eine Umarmung für dich. Und freu mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.